Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Achtung Buch. Heute geht es um das Buch Freiheit von Monika Donner und es ist kein Schreibfehler, es soll nicht Freiheit heißen, es heißt Freiheit, denn es geht darum, dass du dich heute befreien sollst. Monika hat ein wirklich interessantes Buch geschrieben, was eine interessante Verbindung herstellt zwischen der weltpolitischen Gemengelage und den Möglichkeiten, die wir als Individuen haben, um uns davon zu befreien, um uns wieder selbst zu ermächtigen. Es geht darum, das Schafsfell auszuziehen und den Tiger in sich zu entdecken und seid gespannt auf ein interessantes Gespräch mit Monika Donner und los geht's. Ja Monika, dann erzähl doch mal, das würde mich interessieren, wie bist du auf die Idee gekommen, jetzt ausgerechnet so ein Buch wie Freiheit zu schreiben? Was war da deine Motivation? Die Motivation war, dass mir klar war, dass das mit dem C-Irrsinn nicht das Ende ist und ich ja schon von Vorträgen auf Seminare übergegangen bin, um die Leute zu ermutigen, in die Selbstbestimmung zu kommen, ein wirklich selbstbestimmtes, freieres Leben. Damit meine ich ihr Potenzial auszufüllen, weil die gelebte Individualität die korrekte Antwort ist auf diesen Zwangskollektivismus, der ja schon vor Covid im Endeffekt angekündigt war und dann mit dem C-Irrsinn erst den Kulminationspunkt gefunden hat. Und ich habe dann das Buch Corona-Diktatur geschrieben, das war ja ein Megabestseller eine Zeit lang und da ist schon die Prognose drinnen im Kapitel 4a, wie wird es bis 2030 weitergehen? Und leider ist alles richtig, was ich geschrieben habe, es ist fast schon alles erfüllt und dann war mir klar, es kommt keine Hilfe von außen, weder von Außerirdischen noch von Trump oder Putin oder sonst irgendwen. Es ist der Angriff auf die gelebte Individualität und weil das Individuum angegriffen wird, ist es auch nur fair und logisch, dass das Individuum sich verteidigen muss. Ich höre schon raus, du bist Optimistin, du hast gesagt, der C-Wahnsinn war der Kulminationspunkt. Ja, vielleicht kommt da noch was, wer weiß, was wir in zehn Jahren sagen, ob das der Kulminationspunkt war, aber natürlich bisher schon. Ja, aber bis zu diesem Zeitpunkt der Kulminationspunkt eine Entwicklung, die ja schon vor Corona oder vor dem C-Irrsinn eingesetzt hat. Und natürlich, ich habe die Beurteilung sowohl in Corona-Diktatur als auch im Buch Freiheit drinnen, dass es sich bis 2030 noch steigern wird. Aber auch anders natürlich, also geografisch teilweise und auch regional und zeitlich versetzt. So ein Flickenteppich aus sechs verschiedenen Kriterien von Unterdrückungsmaßnahmen, die der geneigte Freiheitsentzieher da gerne anwenden möchte. Der Großteil ist zum Scheitern verurteilt, weil jetzt sehr viele Menschen aufgewacht sind und zwar nicht nur in der Früh, sondern auch im Alltag. Und immer mehr erkennen, nee, das wird nicht von selber enden. Und jawohl, da muss man selber in die Gänge kommen. Das werden immer mehr. Das reichen ungefähr zehn Prozent für den Tipping Point, also dass es kippt, sodass das Neue, der Wandel, bis 2025 nicht so kommt, und wie sich das Gates, Schwab und andere, ich würde mal sagen, Laiendarsteller vorstellen, sondern wie wir uns das vorstellen. Und das ist das Potenzial, dass der Mensch freier ist. Ich finde es interessant, du hast ja auch in deinem Buch eigentlich ganz schön herausgearbeitet, diesen Zusammenhang zwischen der, ja sage ich mal, psychischen Verfassung des Individuums und dann dem Bezug zur Gesellschaft, zum System der Scheibdemokratie, wie du das nennst. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erklären, diesen Begriff, Gefängnis für den Verstand. Das ist ja auch so ein Schlagwort aus dem Buch. Ja, das kann man sich vorstellen wie im Buch Matrix oder wie im Film Matrix. Erster Teil, wo ja der Entdecker vom Neo, also der Morpheus, sagt, es gibt ein unsichtbares Gefängnis für den Verstand, dass du weder angreifen, riechen oder sonst was kannst. Und dieses unsichtbare Gefängnis für den Verstand existiert in unserer Welt natürlich weniger als Computerprogramm, sondern als Erziehungs-, Sozialwesen-Konstrukt. Das dadurch gedeckt ist, dass das Individuum seine eigene Schöpferkraft, also das eigene Potenzial, runterschluckt. Wir wissen ja aus psychologischen Expertisen, dass rund 98% der Menschen hochbegabt zur Welt kommen. Und wenn nach Kindergarten und Schule sind es dann plötzlich nur mehr 2%. Also wir haben 96% Minder- und Mittelbegabte produziert. Offensichtlich soll es da tüchtige Sklavenarbeiter geben, die nicht realisieren, dass sie solche sind. Und damit die ihren Alltag durchhalten, damit die das verkraften, müssen sie sich nämlich mit der Rolle identifizieren, müssen sie sich mit ihrem Ego, mit dem gesellschaftlich aufgepfrupften Konstrukt, identifizieren, wogegen ich ja nichts habe. Man braucht ja ein starkes Ego, um in diesem Kasperle-Theater zu überstehen. Aber die Identifikation damit ist das Thema. Wir sind ja mehr als diese Rolle. Wir haben eine Seele oder wir sind die Seele. Wir sind beseelte Menschen, die ein starkes Potenzial haben oder hätten, aber eben runtergeschluckt haben. Und aus irgendeinem Grund, um sich anzupassen oder für Liebe, Zuneigung und so weiter, sucht man sich dann statt der Schöpferrolle eine Opferrolle. Und das sind dann so viele Menschen, die dann sagen, ich kann das nicht, weil und das darf ich nicht. Und die oben haben immer recht. Und dann kommt es dazu, dass Konformitäts- und Zwang-Experimente zeigen, dass rund zwei Drittel bis drei Viertel der Testpersonen alles machen, was der Versuchsleiter anordnet. Zum Beispiel Stromstöße bis zu 300 Volt verpassen 100 Prozent der Testpersonen. Das heißt, Milgram-Experiment. Milgram-Experiment, genau. Und zwei Drittel gehen sogar bis 450, bis zur tödlichen Voltzahl. Stanford-Prison-Experiment, Ash-Experiment, das ist eben mit 100 Quellen im Buch belegt und die wichtigsten Kapitel rausgearbeitet, damit der Leser sie nicht eben durch 100 Bücher durcharbeiten muss. Aber das Muster ist klar. Rund zwei Drittel tun alles, was du von ihnen willst. Und das erklärt sich dann auch, warum in etwa drei Viertel der Menschen mindestens einmal sich haben stechen lassen. Die Zahl passt zusammen. Und dann ist noch wichtig zu wissen, dass um etwa 70 Prozent der Menschen gemäß israelischen und auch deutschen Studien sogar genetisch stark prosozial veranlagt sind. Das heißt, man weiß, dass der Mensch im Grunde gut ist, beziehungsweise stark prosozial, altruistisch ist, zumindest von der Veranlagung her. Also müssen die Unterdrücker der Freiheit, die profitieren von dem Gefängnis des Verstandes, müssen sie lügen, müssen sie betrügen, müssen sie einen höheren Zweck für absurde Maßnahmen erklären. Also wir schicken jetzt Panzer für den Frieden. Du sollst dich injizieren und vergiften lassen, damit du das Leben anderer rittest. Also es wird ja immer transparenter und das zeigt, es spitzt sich schon langsam zu. Und die Mauern des Gefängnisses werden durch viele, viele Maßnahmen, die noch angeordnet werden können, erhöht, addickt, verlegt. Nur damit die Insassen möglichst spät realisieren, dass sie Gefängnisinsassen sind. Aber ich will jetzt nicht unbedingt nur auf die Insassen fokussieren, auch auf die Wärter. Die Wärter sind ja letztlich auch Sklaven desselben Systems. Die sind sogar abhängiger vom System als die Insassen. Und wenn das genügend Insassen kapieren, dann kann sich das Gefängnis zu etwas anderem verändern. Vielleicht zu einer Freilufttherapieeinrichtung oder mal zum Garten Eden, wie auch immer. Wen siehst du denn eigentlich ganz oben auf dieser Machtpyramide als die Strippenzieher, die dieses Programm durchziehen, also fahren, die das erdacht haben, die auch die Macht haben, das durchzusetzen? Das ist eine sehr gute Frage. Also die, die man noch sieht, sind eindeutig angloamerikanische Globalisierer. Also britisch-US-amerikanische Globalisierer. Das sind die Sichtbaren, die aber letztlich wahrscheinlich auch als Marionetten fungieren, um dann gekippt zu werden. Also die, ich nenne sie die globale Machtelite, die ungefähr 0,01 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen und an die 90 Prozent des Vermögens besitzen. Und genau deswegen ihre Macht nicht aufgeben wollen, aber von jeder Krise profitieren. Das hat Professor Größmanski, ein deutscher Soziologie-Professor, super im Buch 0,1 Prozent. Das müsste eigentlich 0,01 Prozent herausgearbeitet. Und nur für mich ist es letztlich wurscht, wer es ist, weil sie ja auch vom System abhängiger sind als wir. Und darum habe ich mich bei diesen, in anderen Büchern beleuchte ich genau, wer da die Drahtseher sind von Kriegen und anderen Krisen. In diesem Buch erwähne ich sie nur noch marginal, denn ich mache die Muster sichtbar. Es ist viel wichtiger, das Muster zu verstehen als die handelnden Personen, weil sonst fokussiert man immer nur auf ein Gesicht. Es ist schon wichtig, wenn man dann ein Krisenverbrecher-Tribunal macht, dass man weiß, mit wem man abzurechnen hat. Aber wichtiger für das Individuum ist es, das Muster zu erkennen, womit gehen wir in Resonanz? Gehen wir mit der Angst in Resonanz, mit der Unterdrückung? Warum? Gibt es nicht auch noch einen anderen Weg? Einfach den Muster durchschauen und auch zu wissen, was bis 2030, das ist dann im Ende des ersten Teils des Buchs, noch auf uns zukommen kann. Ich habe natürlich, niemand kann Kaffeesudel lesen, niemand kann wirklich hundertprozentig sagen, was jetzt kommen wird. Aber ich habe, glaube ich, ziemlich gut dargestellte Möglichkeiten. Und man muss das ja auch flexibel gestalten. Es sind rund sechs verschiedene Unterdrückungsmaßnahmen, die, wie gesagt, zeitlich versetzt und regional verschieden zur Anwendung kommen, werden ziemlich sicher. Aber wie jetzt genau, kann keiner sagen. Der große Vaterländische Krieg ist es hoffentlich nicht, aber er wird immer wahrscheinlicher, so wie man sich jetzt herumzündelt. Da gilt es, sich vorzubereiten. Es ist auch ein Teil der Selbstbestimmung, sich auch auf Krisen adäquat vorzubereiten, materiell auch. Dann lebt es sich im Alltag leichter. Und wenn wir den ganzen Krempel praktisch für den Tag X dann gar nicht brauchen, wurscht, dann nehmen wir es zum Camping mit. Das ist doch kein Problem. Du hast jetzt schon das Stichwort Krieg angesprochen. Wie ordnest du denn den Ukraine-Krieg ein in diesem größeren Programm? Der ist eine weitere Maßnahme zur Unterdrückung. Und er dient einerseits der Verlagerung von der einen C-Diktatur zur anderen. Denn C-Diktatur heißt ja nichts anderes als Chaos-Diktatur. Und unter das C kannst du subsumieren Corona, CO2, Krieg. Schreibt man leider nicht mit C, sondern mit K. Aber es ist eine chaos-diktatorische Angelegenheit. Und leider nicht einmal vom sogenannten C-Widerstand sind genügend Menschen bis vor kurzem Tag gewesen, die realisieren, dass dieser Krieg ein Segment der Unterdrückung, ein Segment des Machterhalts ist oder des Machtausbaus sogar. Aber es stecken wieder angloamerikanische Kräfte hauptsächlich dahinter. Man muss es aus kriegsvölkerrechtlicher Sicht ganz klar sagen. Ich habe es ja auch sowohl im Buch Gott bless für Putin, das habe ich 2015 schon der Regierung vorgelegt, da haben der Michael Vogt und die schon Sendungen darüber gemacht, 2015 und 2016, richtig den Krieg prognostiziert, der Regierung vorgelegt. Sie haben als Verschwörungstheoretikerin hingestellt, ja, jetzt wissen wir, ich bin Prophetin, bin ich auch nicht, ich bin strategische Analytikerin und Juristin. Und habe es eben richtig beurteilt. Aber Faktum ist, dass dieser russisch-ukrainische Krieg letztlich darauf zurückgeht, aus kriegsvölkerrechtlicher Sicht, dass die russischen Minderheiten in der Ukraine von der eigenen Regierung unterdrückt werden. Und wenn die rechtmäßig Russland um Hilfe ersuchen, also die russische Föderation und einige Abstimmungen, also Volksabstimmungen machen, wo an die 90 Prozent der Bevölkerung sagen, in Donetsk, Luhansk und auf der Krim, wir wollen uns loslösen von der Ukraine, wir wollen Anschluss oder eingegliedert werden in die russische Föderation, dann ist das ein Entscheid, der absolut zwingend ist. Also es ist Völker, das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist Jus Kogens, lateinisch auf Deutsch übersetzt, zwingendes Recht. Das geht vor jedem, das Naturrecht, und geht vor jedem Verfassungsrecht sogar, also vor jedem menschengesetzten Recht. Und es gibt zusätzlich noch völkerrechtliche Vereinbarungen seit 1966, wo mindestens zwei, sowohl von Russland als auch von der Ukraine unterschrieben wurden. Das heißt, es müsste auch die Ukraine die Separatisten sozusagen unterstützen, weil wenn die entscheiden, dass sie weg wollen, wollen sie weg. Wenn Bayern jetzt abstimmen würde in Deutschland, wir wollen nicht mehr Teil der Bundesrepublik Deutschland sein, wir wollen uns mit Österreich oder der Schweiz oder Honolulu, keine Ahnung, verbinden und in diesem Staatskonglomerat weiter existieren. Und da kann der Rest Deutschlands draußen gehen. Also auf Wienerisch gesagt, draußen gehen bedeutet, da gibt es keine Chance. Aus völkerrechtlicher Sicht, aus Korrekta, wäre Bayern dann rechtmäßig ausgetreten. Und genau das war in der Ukraine der Fall. Was macht der Westen? Der Westen ignoriert, der Westen provoziert. Und Putin ist relativ spät, also nicht Putin, sondern die russische Föderation, relativ spät diesen Minderheiten zu Hilfe gekommen. Ja, weil sie erstens nicht eskalieren wollten, zweitens die Biowaffen und Atomwaffen lagern relativ, also am Potenzial Biowaffen und Atomwaffen, relativ spät erst herausgerückt wurden, unmittelbar bevor die Russen einmarschiert sind. Nur, man will sich ja auch strategische Vorteile sichern. Und ich habe schon vor Jahren gesagt, wenn ich im Generalstab der russischen Föderation wäre, dann würde ich dem russischen Präsidenten empfehlen, einen Korridor zu schaffen, von Kiew bis Sevastopol runter, sodass der Schwarzmeerzugang immer gesichert ist. Das ist das strategische Ziel der Russen seit Katharina der Großen. Und das weiß der Westen auch genau. Darum hat ja Putin seit vielen, vielen Jahren, ich glaube seit 2012 schon ganz klar gesagt, die rote Linie ist die Ukraine. Und die NATO hat sich ausgebreitet. Das heißt nicht, wie die österreichische Verträdigungsministerin und die Frau Baerbock angeblich gesagt haben, Russland hat sich in Richtung Westen ausgedehnt. Sonst war ja genau umgekehrt. Die NATO hat sich in Richtung Russland ausgedehnt. Und damit haben wir eine ähnliche Situation der Eingreisung, eine ähnliche Situation sogar verschärft, gegenüber dem Ersten Weltkrieg. Also wir haben so starke Parallelen von dieser angloamerikanischen Kriegszündelei vom Ersten Weltkrieg bis jetzt, dass man das eigentlich gar nicht übersehen kann. Wenn man es überzieht, aus politischer oder historischer Sicht, also ich halte ja nicht sehr viel von den zeitgenössischen Historikern, dann gibt es für mich nur zwei Gründe. Inkompetenz oder Drogenkonsum. Oder eigentlich einen dritten Grund gibt es auch noch korrupt. Ja, interessante Analyse, gerade das mit diesem Korridor von Kiew nach Sevastopol, finde ich sehr nachvollziehbar. Ich muss auch gerade daran denken, es gibt den amerikanischen Politanalytiker Samuel P. Huntington, der hat ja schon vor Jahren dieses Buch geschrieben, Kampf der Kulturen oder Clash of Civilizations. Und ich weiß gar nicht, ob das schon die 2000er waren oder spät 90er. Ich hatte es damals gelesen und fand es interessant, weil er dort auch schon die Ukraine als ein gespaltenes Land bezeichnet hat, wo eine kulturelle Kluft eigentlich durchläuft. Weil er gesagt hat, die Westukraine, die hat ja auch mal zu Polen gehört oder war polnisch besetzt oder Teil von Großpolen, dass die eher westlich geprägt ist und die Ostukraine mit hoher Wahrscheinlichkeit sich auch früher oder später wieder Russland annähern wird oder anschließen wird oder zumindest dem Kulturkreis gehört. Und das ist auch ungefähr diese Bruchlinie dort von Kiew Richtung Süden. Und wenn so ein Huntington das schon vor Jahren schreibt, dann weiß man auch, dass das in den Thinktanks der Amerikaner natürlich wohl bekannt ist. Also auch diese kulturellen Verwerfungen. Und ich denke, dass die dort ganz bewusst dieses Land jetzt spalten oder versucht haben zu spalten oder sich einen Teil einzuverleiben. Es ist eine uralte Strategie. Ich habe es in Freiheit in Kurzform drinnen. Das, was ich in anderen Büchern habe, damit für den Leser die Muster ersichtlich werden. Diese Spaltung in der Ukraine ist seit 1904 geostrategisches Programm in London und in Washington. Und der Urheber, der Geistiger ist Sir Helford McEinder. Der hat schon 1904, also zehn Jahre vor dem Ersten Weltkrieg, genau das geschrieben. Du musst immer verhindern, dass Russland und Deutschland Freundschaft haben. Du musst sie spalten. Sie müssen gegeneinander Krieg führen. Du brauchst einen Brückenkopf in Europa. Das ist Deutschland. Das war damals schon geplant, um den Osten praktisch immer wieder zu attackieren. Viele, viele Landkriege. Warum? Damit es keine einheitliche Flotte und keine einheitliche Luftwaffe gibt in Eurasien. Weil der größte Kontinent ist ja Eurasien plus Afrika. Das ist ja sozusagen die Weltinsel. Und diese Weltinsel möchten die aus meiner Sicht verrückt gewordenen Insulaner in England und in den Vereinigten Staaten gerne in Besitz nehmen, zumindest indirekt. Und damit sie das machen können, sagen sie, um die Weltinsel, also Europa, Asien, Afrika, die ja teils auch am Landweg verbunden sind, zu beherrschen, musst du Osteuropa. Also zuerst beherrschen das Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, das Herzland. Und das Herzland beherrschst du indirekt, indem du Osteuropa beherrschst. Der Schlüssel zur Weltmacht ist Osteuropa. Das steht in anglo-amerikanischen Strategiebewegungen seit 1904 drinnen. Die Jasmin, meine Frau, macht die Zeichnungen. Also wir haben auch Zeichnungen dazu im Buch Freiheit drinnen. Und auch in Krieg der Weltwirtschaft in dem Buch über den Ersten Weltkrieg, damit man versteht, welche Pläne diese Leute von außen haben. Also man muss sich ja nur von der Gegenseite her vorstellen. Das ist alles ganz leicht nachvollziehbar. Und das Muster wird vollzogen vom Ersten Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Kalter Krieg, Ukraine-Krieg und jetzt wieder diese Ausdehnung oder potenzielle Verstärkung zu einem großen Kalten Krieg, der wirklich heiß werden könnte, wenn es nach Sicht der Psychopathen geht. Aber wichtig für uns ist nur eins, was wir uns mitnehmen. Erstens vorbereiten, materiell auf einen potenziellen Krieg, weil dann ist man auch auf ganz andere Situationen vorbereitet. Und zweitens, wir wissen, wir haben es in den höchsten Rängen der Drahtzieher mit Narzissten und Psychopathen zu tun, die nicht davor zurückschrecken, dass es vielleicht zu einem Atomkrieg kommt, in ihren Gedanken gehen. Und die nicht davor zurückschrecken, tausende, hunderttausende, Millionen Menschen sterben zu lassen. Und damit ist klar, dass die ganze Agenda nicht von selber enden wird. Das ist die wichtigste Schlussfolgerung. Und auch, dass diese ganze Agenda nur laufen kann, weil 99 Prozent der Menschen es dulden, dass sie von einem Prozent, ich will nicht sagen verarscht, weil das ist ein bisschen zu gelinde gesagt, kontrolliert und unterworfen werden. Das ist das Problem. Warum? Weil sie den Schafspelz, den sich der Tiger als Kind, das Potenzial, das der Mensch hat, irgendwann einmal an Schafspelz umgehangen hat und sich mit den Rollen identifiziert hat, die dem Kind von der Gesellschaft nicht aufgezwungen, angeboten wurden. Teilweise ergibt es ja auch Sinn, ergibt Schutz, Liebe und so weiter. Aber trotzdem geht was verloren. Und wie gesagt, 96 Prozent Minder- bis Mittelbegabte erzeugen wir. Und darum wird im zweiten Teil eben vom Buch, ich greife jetzt kurz vor, werden auch die Werkzeuge mitgeliefert. Das wollte ich gerade ansprechen. Den zweiten Teil des Buches hast du ja genannt, der Tiger in dir. Ja. Und jetzt hast du es schon angesprochen mit den Werkzeugen. Da wollte ich auch jetzt eigentlich drauf hinaus. Zeig uns doch mal auf, was sind die Lösungsmöglichkeiten? Wie kann jetzt das Individuum aus dieser misslichen Lage wieder hinauskommen? Was kann man tun? Wie kann man zur Selbstermächtigung kommen? Wie kann man diesen Tiger in sich befreien? Es gibt ungefähr acht Milliarden Menschen dort offizieller Erzählung. Also gibt es acht Milliarden verschiedene Potenziale und Ansätze. Es wäre jetzt vermessen, wenn ich sage, ich habe jetzt für jeden Einzelnen, du sollst das, das und das tun. Aber ich habe die Muster herausgearbeitet und die aus meiner Sicht wesentlich mehr auch aus eigener Erfahrung, von meiner eigenen Selbstbestimmung, die Ansätze so verknüpft, so verwoben, dass sie für das Individuum nachvollziehbar sind. Und wir haben drei Elemente. Erstens Selbsterkenntnis. Wer bin ich? Was bin ich? Zweitens Selbstbefreiung. Das Potenzial, das man in sich entdeckt hat, überhaupt einmal freizulegen. Und dann die Selbstbestimmung im Alltag, das auszuleben. Und zur Selbsterkennung zum ersten Punkt ist das Wichtigste, dass wir realisieren, also die Realität erkennen, uns daran erinnern, was wir als Kinder schon unbewusst gelebt haben, gewusst haben. Wir sind im Endeffekt endloses Bewusstsein. Wir sind nicht, also wir sind die Seele. Wir haben nicht nur die Seele, wir sind die Seele. Und dass der Mensch eine Seele hat, wissen hundertprozentig einmal alle, die schon mal eine Nahtoderfahrung gehabt haben. Ich habe selbst eine gehabt 2012, die außerkörperliche Erfahrungen haben, die ohne Augen sehen können. Das wird jetzt schon Kindern unterrichtet in Deutschland und in Österreich. Oder die Phantomschmerzen haben. Es gibt noch viele, viele andere Kriterien. Und ich habe den wissenschaftlichen Beweis im Beginn des zweiten Teils des Buchs gebracht, dass der Mensch die Seele ist, dieser Energiekörper, der auch außerhalb des Körpers existieren kann und verbunden ist mit dem allgegenwärtigen Feld, dem omnipräsenten Feld, das manche das Quantenfeld nennen, andere sagen Gott dazu. Es ist dasselbe. Die Mystiker, Quantenphysiker sprechen hier von der allgegenwärtigen Präsenz des Feldes. Einstein hat gesagt, die einzige Realität ist das Feld, das ist richtig. Die Energie hinter allen Dingen ist der Anfang. Es ist ja auch zuerst der Geist und dann die Materie logischerweise. Und die Beweisführung im Buch habe ich deswegen gemacht, dass der Mensch die Seele ist oder hat, wie manche sagen, weil eben sogenannte Transhumanisten, also das hat ja nichts mit Transgender oder was zu tun, sondern diese aus meiner Sicht sehr abartige Religion. Ich habe es nicht dir erklärt, sondern einigen Zusehern, weil du weißt, manchmal wird das gleichgesetzt und das ist einfach falsch. Es gibt diese transhumanistische Pseudoreligion, wo der Mensch technokratisch verbessert werden soll, also aus meiner Sicht verstümmelt, zu einem Zombie-Cyborg gemacht werden soll. und diese Leute behaupten, dass es keine Seele gibt und es sei wissenschaftlicher Wissen, dass es keine Seele gibt. Und man hat gesagt, naja, ich bin interessiert an der Seele, ich habe sie selbst erfahren, ich bin Juristin, also beweise ich jetzt, dass es die Seele gibt, um eben die Gegenseite zu widerlegen, weil sonst hätte ich sie ja gar nicht nötig. Ich will ja niemanden überzeugen von dem, was mich ausmacht und die 90% der Menschen wissen eh, dass sie die Seele sind. Das hat sogar Platon, Pythagoras, viele andere, René Descartes hat eine Abhandlung geschrieben über die Seele, die Beweisführung. Also das Kapitel ist sicher. Und wenn wir das Wissen, das gesicherte Wissen, aufgrund der Erinnerung haben, dass wir die Seele sind, gibt es keinen Grund, vor irgendwas Angst zu haben. Das gibt es, das befreit. Und dann können wir uns auf unser Potenzial stürzen. Und da habe ich dreigliedrig auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene Übungen, die der Leser anwenden kann, um auf das ursprüngliche Potenzial zurückzukommen und auch eine, ich will nicht sagen Anleitung, aber ein Musterbeispiel, aufgrund meines eigenen Falls, wie man aus einer schweren Depression, wie man die Depression als Depresswehen, Depressionswehen nutzen kann, also als Wehen für die Wiedergeburt des inneren Kindes. Das ist entscheidend, dass man das nicht wieder mit Medikamenten zupfläustert und eh schon was runtergeschluckt hat, nämlich die eigene Begabung, die eigenen Talente, dass man dann nicht auch noch Medikamente runterschluckt und Psychopharmaka, die das dann versiegeln, sondern eben nichts einnimmt, raus in die Natur geht, kreativ wird und die Emotionen wiederfindet, die ja tatsächlich die Heilung sind und nicht das Problem. Und das sind die Elemente des Buches, die uns dann dazu führen, dass wir letztlich zum dritten Teil kommen, in die Selbstbestimmung. Da geht es dann um die berufliche oder auch außerberufliche hobbymäßige Anwendung der Selbstbefreiung. Und da sage ich den Leuten nicht, was sie zum Tun haben, sondern nur, unter Anführungszeichen, das Wichtigste, wie sie ihre Ziele definieren, erstmals positiv ihre Ziele definieren und mit welchen Mitteln sie sie erreichen können. Also eine klassische Zweckziele-Mittelrelation, wie es im Militär, das ja Deutschland auch einmal hatte früher, Karl von Klausewitz definiert hat. Wir haben jetzt die bunte Wehr. Die bunte Wehr, ja. Die jetzt die Panzer hergibt in die Ukraine. Ist klar, man will es den Russen dann leichter machen. Die stoßen dann viel schneller zum Rhein vor. Aber das kann noch dauern, bis die Leopard-Panzer ankommen in der Ukraine, weil die werden ja mit der Deutschen Bahn verschickt. Achso. Nee, Scherz beiseite. Wenn die dann draufkommen, dass das Graffelbeer da drüben gar nicht richtig funktioniert, dann wären sie wahrscheinlich, da so in Norddeutschland habt ihr Panzermuseen, wo noch die alten Tigerpanzer vom Zweiten Weltkrieg drin entstehen, die fahren noch. Vielleicht schicken sie dann Tigerpanzer in die Ukraine oder Hetzer und so weiter. Könnte man doch medial ausschlachten. Die Bundeswehr ist leergeräumt. Wir lehren jetzt auch die Panzermuseen aus, um die Ukraine mit Waffen zu versorgen. Ja, ich glaube, da gibt es das eine oder andere Bataillon in der Ukraine, die wird sich speziell über solche Waffen freuen. Genau. Damit würde man da wahrscheinlich wirklich jemandem eine Freude machen. Genau. Man muss aber einfach von der heiteren Seite sehen, schaust du aus, oder? Das ist doch... Ja, ich sage auch oft bei den, oder was heißt oft, zumindest hin und wieder mal so bei den weltpolitischen Verwerfungen einfach mit einem Glas Whisky zurücklehnen und genießen. Denn wir können relativ wenig, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt an der Situation, ändern. Die großen Räder der Geschichte sind ja erstmal in Gang gesetzt. Ideen, wie du sie in deinem Buch formuliert hast, sind natürlich Ansätze, dann doch dagegen zu steuern. Ich finde das auch schön, dass der Ansatz bei dir individuell ist, dass du da jetzt kein politisches Programm entwirfst in dem Sinne, sondern einfach Menschen zeigst, was können sie persönlich tun, um sich zu befreien aus diesen Machtstrukturen. Da stimme ich auch voll mit ein, sehe ich sehr ähnlich, wahrscheinlich in Detailfragen anders, aber von der großen Richtung würde ich das auch so unterschreiben und sagen, genau, wir müssen als Individuen einfach schauen, wie wir mit diesen gegebenen Verhältnissen umgehen und uns davon befreien. Und da ist Selbsterkenntnis wichtig. Und dann auch letztlich die Rückbindung oder Rückwendung wieder an Gott oder das Göttliche und den spirituellen Wesenskern, den wir alle haben. Und dann verlieren natürlich die Herren der Welt, wenn ich sie mal so nenne, auch die Macht in dem Moment, wo wir uns ein Stück weit entweltlichen. Könnte man vielleicht so sehen. Ich würde sagen, man kann es sogar sicher so sehen. Und es ist natürlich Ansätze, im Sinne von, wer eine liberale, wirklich liberale, freie Gesellschaft sich wünscht, darf ja dem anderen nicht sagen, was es zu tun hat. Also ich habe natürlich schon in Corona-Diktatur in dem Buch, im Kapitel 4b, schon skizziert, wie ein Staat ausschauen könnte, wenn er wirklich demokratisch, wirklich liberal ist. Auch mit Konzepten, dass Politiker unsere Leistungsdienstleister zu sein haben, die wir sofort feuern können, wenn sie nicht spuren. Und dass wir auch eine hochqualifizierte Ausbildung brauchen. Also nicht so wie Frau Baerbock oder der österreichische Generalstabschef zurzeit, die ich aus meiner Sicht für sehr inkompetent halte. Und auch andere Politiker, wo ich mir denke, für das zahlen wir Steuern. Für solche Leistungen zahlen wir tatsächlich bis zu 80% Steuern, das wissen die Leute ja gar nicht, oder Abgaben, das wissen die Leute ja oft gar nicht, dass wir Mitte August, ist der steuerfreie Tag erst. Das heißt, bis Mitte August zahlen wir nur für den Fiskus und darauf, was mit unseren Geldern passiert, haben wir in der Regel keinen Einfluss. Und wenn man sich anschaut, die C-Maßnahmen und die sinnlosen Maßnahmen da gegen Russland, die ja selbstschädigend sind, die eigene Wirtschaft schädigen und auch noch die Kriegsgefahr schüren, wie auch viele Amerikaner wie Ron Paul zum Beispiel sagen, dann hat das eine Form der Skurrilität, wo ich sage, es wird Zeit, diesen Herrschaften, den vermeintlichen, klar zu machen, der Herr ist der, der zahlt. Und das ist die Bevölkerung. Und nicht die, die da oben sitzen. Es ist ein Privileg, dass sie auf unsere Kosten da oben sitzen dürfen. Und ich glaube, es wird Zeit, dass wir Menschen mit Herzensbildung in solche Funktionen bringen, die auch einen gewissen Bildungsstatus haben und bereits bewiesen haben, dass sie in der materiellen Welt, es gibt für mich keinen Unterschied zwischen spirituell und materiell, wo soll es denn sein? Das ist ja alles hier. Dass die Menschen, die für uns tätig sind, auch beruflich qualifiziert sein müssen. Sie müssen schon Erfolge vorgewiesen haben. Dann dürfen sie in die Politik. Und nicht, weil ihre Parteilinie, da diese Ellbogentaktik und der sich mehr beim Parteiobmann einschlemmt, kommt schneller an die Spitze oder der lauter schreit. Das sind ja alles keine demokratischen Qualifikationskriterien. Das gehört revolutioniert im Sinne von rebelliert, von innen heraus. Und darum brauchen wir zuerst einmal eine Ich-Reform. Das ist ganz wesentlich, auch im Buch Freiheit beschrieben, eine Ich-Reform, dass die Menschen sich von innen heraus verändern und dann verändern wir das System mit. Also ich will keine Revolution, dass im Außen sich was verändert und innen bleibt der Mensch gleich. Nein, wir können das, was jetzt da ist, rigoros genug ändern, an den Schrauben drehen, echte Verträge schaffen, echte Gesetze schaffen, eine echte Verfassung schaffen, erstmals in Österreich und in Deutschland. Das wären die Ansatzpunkte. Nur bevor das passiert, braucht man ein Bewusstsein. Also ich habe während der C-Diktatur zu Leuten gesagt, die geschrien um direkte Demokratie, direkte Demokratie, die sind völlig an die Wand gefahren. Wenn ihr jetzt eine direkte Demokratie habt, dann habt ihr die Zwangsimpfung, aber sofort. Weil die Leute ja noch nicht realisiert haben, was Sache ist. Das heißt, wir brauchen zuerst einen Bewusstseinswandel und da reichen 10 Prozent. Da gibt es Statistiken drüber, wissenschaftliche Arbeiten drüber, in Corona-Diktatur habe ich es schon angeführt und jetzt auch in Freiheit, wo man das nachlesen kann. Rund 10 Prozent der Menschen, die aktiv, also ich rede jetzt nicht von passiven Couchpotators, sondern von aktiven bereits Menschen, die in die Zukunft nicht nur schauen, sondern auch handeln in ihrem Sinne, gemäß ihrer Herzensvision und mit Hausverstandes umsetzen, wenn das 10 Prozent tun, wird es kippen, wird es hundertprozentig kippen. Das passiert ja eh schon. Und das Schlüsseljahr ist 2025. Monika, ich glaube, das ist vielleicht ein gutes Schlusswort. Schlüsseljahr 2025. Und ich hoffe, dass viele Leute dein interessantes Buch lesen werden und sich befreien. Und vielen Dank für dieses nette Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne. Danke, lieber Charles. Bis zum nächsten Mal. Liebe Leute, das war unsere Sendung mit Monika Donner zu ihrem Buch Freiheit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr konntet viele interessante Impulse aus unserem Gespräch rausziehen. Ich zumindest fand es sehr erfrischend. Monika lauschen zu dürfen. Ich finde ihre Gedanken nachvollziehbar und die Analysen gut und gelungen. Und bin der Meinung, dass dieses Buch durchaus den einen oder anderen vielleicht etwas an die Hand geben kann, wie man mit der aktuellen Situation umgehen kann, wie man mehr in die Selbstermächtigung kommt. In dem Sinne gebe ich meine Empfehlung zu diesem Buch und verabschiede mich für heute von euch und freue mich schon darauf, euch dann demnächst bei der nächsten Folge von Achtung Buch begrüßen zu dürfen. Ciao und bis bald. Achtung Buch Achtung Buch Achtung Buch